Geht das? Lass mich in Ruudu. Mistvogel. Aua. Mann. Brauch ich dich? Brauch ich dein Fleisch? Dein Fell? Oh. Ich hab's echt gebraucht. Das ist ja krass. Das ist ja geil. Warte mal. Herstellung. Ähm. Schwermunitionstasche herstellen. Und. Fertig. Geil. Jetzt fehlt uns nur noch die Sprengstofftasche. Achso. Da brauchen wir noch die Körrad Fashion Week für. Und dann haben wir die alle voll. Das ist ja geil. Cool. Okay. Hier sind wir richtig. Hier steht wer einer. Dreht der wieder am Rad? Hallo. Ne. Mich ignoriert der. Okay. Was haben wir denn hier? Also. Könntest du bitte aufhören, mich voll zu quatschen, wenn ich... Hallo. Als Reaktion auf die illegale Zerstörung von Propaganda hat Pagan ein Propagandazentrum an einem nahegelegenen Ort errichtet. Finde und zerstöre es. Aber sei gewarnt. Wenn du das Zentrum sabotierst, wirst du vermutlich ein paar Ganztruppen auf den Plan rufen. Wenn du nicht gewesen wärst. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Ja. Erreiche den angegebenen Ort in 200 Metern. Dann nehmen wir mal das. Ja. Und ich könnte dann Auto vertragen. Ja. Also nehme ich das. Ne. Tschüss. Äh. Wie kommen wir denn da hin? Wir sind eigentlich schon da. Zerstöre alle Propaganda. Werkzeuge. Ich glaube, da muss ich eher hier so lang, ne? Missionsgebiet verlassen. Quatsch. Stimmt doch gar nicht. So. Da sind wir schon. Ab hier zu Fuß. Okay. Kann ich nirgendwo reingucken. Das ist natürlich doof. Was? Na gut. Das hat sich eh erledigt. Jetzt können wir richtig auf die Kacke hauen hier. Was? Kopfschuss. Ach was? Echt? Was hat denn für eine Aktion? So. So. Hab ich sie jetzt alle. Bäh. Das hab ich aber erwischt, ne? Ne. Was war denn das? Was muss ich denn hier überhaupt zerstören? Das Dingen? Dieses hier. So. Dann da hinten noch eins. Ne. Das hier, ne? Dieses Gedöns. So. Ist da noch eins dahinter? Ne. Hä? Hä? Was zum Teufel war das? Das kann doch nicht wahr sein. Da war doch nix. Ich bin doch nur über den Stein gestolpert oder wat? Kann man das als Haushaltsunfall verbuchen oder wie? Soll ich das jetzt hier sehen? Soll ich das jetzt? Jetzt leck mich halt am Arsch. So. Dann machen wir es halt auf diese Art und Weise. Dann machen wir es halt auf dieser Art und Weise. So. Oh, das ist Muni. Äh. Was ist denn hier los? Hallo? Wieso? Wach. Wer baut denn sowas? Muni, Muni, Muni. Steht hier. Sei vorsichtig, wenn du heute zum Markt gehst. Soldaten. Jaja. Ich meine, das hatten wir schon. Ähm. Gut. Ich probiere es. Ist uns eben vielleicht irgendein Master im Kopf gefallen? Oder was? Achso. Ähm. Gut. Warte, 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 warte. Irgendwie. Irgendwie ist diese Gegend hier alles ein bisschen... Hakelisch. Ist uns dieser Mast da vielleicht auf den... Ah. Höh. Der Mast ist uns auf den Kopf gefallen. Deswegen bin ich verreckt. Na gut, das macht Sinn. Das war ein Erdbeben. Jaja, alles gut. Äh. Das ist ein Dicker. Das war er, ne? So. Hier ist immer noch was intakt, wie es aussieht. Ach, hier das. Kaboutz. Kaboutz. Und jetzt ist hier unten noch irgendwo was? Äh. Wo genau? Unter uns? Höh. Ich hoffe, du hast genug Kurs. Ich komme. Kass. 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 So, jetzt aber mal hier unten reingucken. Und das war's. Denk ich doch, oder? Schreiten da? Oh, fuck. Ähm. Fuck, 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 fuck. So, ja, wieder ganz toll. So. Hab ich einfach mal die Glocke geschmissen. Perfekt. Ähm, hier muss irgendwo noch was sein. Was hab ich denn hier übersehen? Ist zumindest nichts mehr markiert, ne? Auf der Karte, oder? Hä? Zerstöre alle Propaganda-Werkzeuge. Habe ich das nicht? Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch, obwohl's nicht markiert ist. Aber was denn? Super. Super Hilfe hier. Äh, was? Ist ja wie ein Schaden gekriegt. Papier geschnitten da, oder wat? Hm. Kann doch nie wahr sein. Das Ding da? Nee. Das ist gerade echt merkwürdig. Der Balken oben ist noch nicht ganz voll. Aber der sagt uns, wir müssen noch irgendwas zerstören. Und auf der Karte wird nichts mehr angezeigt. Das ist merkwürdig. Wo könnte denn hier noch was sein? Da hinten vielleicht? Ah. Das war mir immer noch nicht alles. Nerf. Ähm. Muss ich jetzt hier jedes Haus durchsuchen? Hm. Achso, die Autos. Oder auch nicht. Doch. Eliminiere alle Gegner. Oh. Doch noch geschafft. Ich dacht schon. Leute, wir sind live mit AJ Gale auf Sendung. Er hat gerade das letzte von Paganins Propaganda-Zentren ausgeschaltet. AJ, wie fühlt es sich an, ein Held des goldenen Pfades zu sein? Moment. Wir sind jetzt live auf Sendung? Oh. Ja, klar, das ist richtig. Stimmt sogar. Was möchtest du unseren Zuhörern sagen? Teile deine Weisheit mit uns. Hi. AJ Gale, meine Herrschaften. Kein Mann vieler Worte, aber dafür mit großem Kuckri-Mädel. AJ, danke, dass du Kürat von Paganins Propaganda befreit hast. Den nächsten Song widme ich dir. Danke hält unsere Herzen. Danke von mir und all deinen küratischen Brüdern und Schwestern. Bitte, bitte. Habe ich sehr gerne gemacht. Und das sind aber eigentlich auch perfekte Worte, um den Stream jetzt hier zu beenden. Würde ich einfach mal sagen, weil Viertel nach Neuen noch nichts gegessen. Frau, guten Abend sagen. Und ich muss ganz dringend wohin? Dahinter ein Berg. Ich muss ganz dringend da hinten hinter ein Berg. Also würde ich sagen, wir machen hier an der Stelle Schicht. Ich mache hier ein Speichern und Beenden. Ja. Und, ähm, warte, ich gehe jetzt hier noch raus. So, zurück zum Desktop. Zack. Und sage einfach, danke fürs Dabeisein, wie immer. Macht euch noch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr zugesehen habt. Und sage jetzt doch ganz schnell, kurz und knapp, spontan, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und schlaft gut.